Geht's los? Es geht los! Digga, wie das letzte Mal ist das 2-0 für Alex ausgegangen, ne? Wann war das? Nee, das war vorher. Da hat Alex gegen Kevin verloren und danach hat er gegen Ryfka gewonnen. Wie kann man nur gegen Kevin verloren? Aber es war Ryfkas Mal. Aber guck mal, Ryfka ist Fuego as fuck. Ryfka ist so Fuego, Alter. Guck mal, das ist so Fuego. Ryfka ist DUSA cool. Ja! Ryfka ist DUSA LUTHER 2. Oh, den HUSANIT noch! Oh nein, er war tot, er war tot. Alles gut, alles gut, alles gut. Er kann auch, ja, komm, den ist noch zurück. Guck mal, der kennt das Match schon einfach nicht. Der weiß nicht, was passiert. Okay, jetzt war der ein bisschen unsicher. Kann man sich ja denken. Das ist 5-Bahn-Commentary. Das ist 5-Bahn-Commentary. Ich raste aus. Okay, da ist der Schick tot. Nee, er lebt, er lebt. Nein, nein, das Match ist unmöglich. Ja, das hätte er aber erlebt, er ist ja rausgesprochen. Okay, oh, aber Ryfka weiß, was Sache ist. Man macht sofort Alex auf jeden Fall super heftig unterwegs. Kann dir was rausgeben? Nee, ich hab auch rausgegeben. Nee, ich hab auch rausgegeben. Keine Sorge. Wow, wow, wow. Aber ich sag ja, das Match-Up ist unmöglich. Fox ist so billig, Fox ist für richtig drängige Nutten. Was? Was? Wasser kochen. Äh, muss ich mal gucken, wie sowas... Wasser kochen. Wasser kochen. Ja, safe, Alter. Das ist wirklich guter Plan. Das ist wirklich guter Plan. Schön, schön. Und jetzt noch ein Stock und dann ist direkt wieder Yves. Noch ein Gramm. Ich möchte das nicht. Alles gut. Ey, ich glaub ich Mone-Matche bei Leute. Das kann ein gut Geld machen. Aber es ist auch drunk. Oh, nice Needles, nice Needles. Ich glaub ich Mone-Matche bei die Komplisten-Up-8. Auch mit meiner Samus. Ich glaub ich, wir die auch alle machen. Du hast es, du hast es. Alles okay. Wir müssen ein Download-Game mit Benno. Der hat schon abgeschaltet. Aber Benno ist halt so ein klure Typ. Benno lädt jetzt nur noch rum. Benno ist smart AF, Alter. Guck mal, er macht das gleiche wie ich. Deswegen muss er Big Brain sein. Muss einfach Big Brain sein. Ist egal, guck mal. Alles okay. Schön. Ich vergebe auch gerne das erste Match. Weil jetzt denkst du ja, mein Gegner denkst du ja, ich bin jetzt besser als der Dooser. Nächster ist super sharp. Und dann komm ich einfach und ficke den Lick in den Arsch. Oder er macht aber dreist noch Comebacks, du. Warum nicht? Wenn du gewinnst, denk ich zu mir. Jetzt geht's gut für dich. Ich finde ich, denke ich... You love the trash. Oh. Oh, ein Schritt mit dem Gano. Du bist das wirklich losgegangen. Schade, schade, schade. Alles gut, alles gut. Du hast das, Benno. Du hast das, Benno. Nächster. Sauber, Alex. Let's go, Benno. Ja. Marcel, Linios und Cech. Marcel, Linios und Cech. Oh mein Gott. Ah. Es ist Sean Wayne, der hat einen Kommentar join. Nein. Eine Kippe rauf. Eine Kippe rauf. Fucking rauf. Du Splash. Sean Wayne geht eine Rauche. Nur in der League. Nein, der Riff gerade downloadet. Er hat gerade... Er hat gerade... Weißt du, hier ist eine schlechte Verbindung. Es ist nicht so hohe Download-Speed. Alles gut. Aber Alex PDF ist am starker. Alex Punkt 8. Digga, pass mal auf. Gleich. Oh. Er macht das einfach. Schön. Und jetzt Bär. Oh. Corporate. Und jetzt ist er gefickt. Oh. Gebuckt, Alter. Gefickt wie ein Buch, Alter. Geht schon, Alex. Er sieht kein Licht, Alter. Er sieht die Sonne. Ich hab's doch gesagt. Sonne, Sonne, Sonne. Sonne, Sonne. Oh, guck mal, Alter. Das zieht man, Alter. Er tut gar nichts. Oh. Wie das Spooket. Digga, Alex weiß überhaupt nicht, was geschieht. Es ist so kaliente. Digga, aber es geht ab. Boop, Fox-Kombos. Sind so viele dumme Auto-Kombos. Alles gut. Alles cool. 40% alles gut. Oh. Gestört. Okay. Jetzt kommst du. Okay. Du wirst ja nicht merken, aber. Okay. Ich bin schick. Es wird einfach mehr. Besser kommentieren. Nein. Mach mal nichts. Komm, Benno. Fick ihn dir. Oh, Fick. Oh, Fick. Oh, Fick. Lalalalalalalalalala. Digga, du bist das schönste Mensch der Welt. Riffga. Der Fick. Riffga! Oh, guck mal, er er gefl*****. Er kann gar nicht. Guck mal wie er gefl*****. Ja, Alter, fucks dann gar nix. Oh, guck mal der Croschkanzel. Oh, guck mal der Croschkanzel. Oh, 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 oh. Schat, schat, schat. Riffga ist en fuego. Der Fick ist tan caliente que no puedo hacer de calo, porque no se traga mi agua. Was sind die spanischen Buchstaben für FGA? Das ist voll langweilig. Das ist voll langweilig. Es ist egal, es ist egal, guck mal. Der steckt, der steckt, fair! Oh, oh, oh! Caliente Copa al Sol de la mañana! Oh, oh! Und dann? Oh, mein Shit! Oh, Alter! Fick ihn! Digga, dein Mann ist ruhig, ruhig wie die Nacht! Sonne, Sonne, Sonne! Ruhig wie Charlottenburg! Ruhig wie Charlottenburg! Ruhig wie Charlottenburg! Ruhig wie Charlottenburg! Benno... Es ist Charlottenburg-Riffka, Mann! Oh, oh, guck mal! Oh, oh! Er ist in... es download complete! Alles! Oh! Descarga completada! No tiene oportunidades! Oh, no! De la control! Iguala, iguala! Ja! Toma, ayuna, ayuna, ayuna! 1-1, la quistabas entzendidissimo con esta partida! Super! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Alex kann das nicht schaffen! Jetzt hol dich, Alter! Geldjunge am Schwitzen! Alex! Geldjunge am Schwitzen! Ostdeutschland im Schambles, Alter! Nicht dieser Bände! Nicht Alpha-Bände! Okay, this stage is 3-4-Fox. Also, wenn Alex hier verliert, dann ist er der schlechteste Fox aller Zeiten. Digger, du weißt überhaupt nicht, was er machen soll. Oh, guck mal! Trefferst du auf Fuego? Er versteht das Blut schon überhaupt nicht. Kriegt was schöner als Plopp? Okay, Alex. Okay, Alex. Alexa, spiel Despacito! Duzanito 2, das ist Benno! Duzanito 2! Oh! Das ist mein Legacy! Das soll den Spielstil weiter treiben! Richtig! Oh! Alles gut, alles gut! Oh! Nein, 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 alles gut, weil Fox broke ist. Oh, nein! Schön! 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 Es war unglücklich von Alex. Er hat leider diesen Miss-Click. Denk dran! Je mehr Nicht-Berliner du fickst, umso mehr Geld kriegst du auch! Oh mein Gott! Ist das ein Game? Nein, kein Game! Oh, Benno! Schade, schade! Okay, das war der Stock! Nein! Alles klappt nicht gelatched! Alles klappt nicht! Alles klappt nicht! Alles klappt nicht! Richtig, richtig shaky, Mann! Der weiß überhaupt nicht, was abgeht! Jetzt frisst er echt raus! Oh! Schön! Oh! Oh, schade schon! Alles gut, alles gut, alles gut! Oh mein Gott! Was ist das? Warum ist Refra so schnell? Oh! Das weiß doch! Wir nehmen schon! Komm schon, Alex! Mach richtig! Also, so wollen wir ja nicht! Was hält man auf? Let's stop this track! What's wrong? Du hast ihn halt rausgefunden! Der weiß überhaupt nicht mehr, was der Typ tut! Alles gut! Alles gut! Du wurdest bei 120% getroffen! Du überlebst! Das ist egal! Das ist auch okay! Sein Counterpick! Stock Lead! Auf seinem Counterpick! Oh mein Gott! Warum ist Refra so schnell, Alter? Oh mein Gott! Refra ist so viel besser als ich, ne? Der ist in Zukunft! Big Brain Draft! Oh! Oh! Egal, egal, egal! Digga! Refra styled halt! Oh mein Gott! Guck mal, die Kombos von Alex! Oh! Das ist ja hlappig gemacht! Oh! Drei Punk! Nein! 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 Jetzt geht alles wieder auf! Oh! 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 Nein! Nein! Alles cool! Oh nein! Schade! Auch nicht! Oh! Die Nähe ist doch, dass Schild die... Oh! 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 Das ist ja die besten Nähe aus der Welt! Ganz ehrlich! Berlin Community größter Schwanz im Game! Rifka! Es ist gar kein Vergleich eigentlich. Der liebste Schwanz, liebster Schwanz in Deutschland. 50 Zentimeter, das sage ich euch. Der Mann hat tiefer als jede andere Religion Löcher. Digga, Dennis, komm mal bitte hier. Nein, komm bitte. Ich mache einen Eintrag in dein Hausaufgabenheft. Wenn du brauchst du, bist du ja und Rivka checkt jetzt. Ja, ich bin jetzt vom Rundfunk. Und, schade, egal, egal, egal. Guck mal, Rivka ist so schnell, dass er eine Fähr bekommen hat, statt eine Dash-Track. Oh, das ist so. Schön. Oh, das ist so. 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 Berlin. Wunderschön. Du steckst den Schwanz ins Ausland rein. Höchstpersönlich. Da geht Franschir bis nach Tschechien. Das ist halt schon vorbei. Genieß. Oh, so. Tschechien? Du hast, was? Quaden sind falsch geschrieben. Ey, Quaden sind falsch geschrieben. Entschuldigung. Es gibt doch schon welche. Jungs, wir kriegen Berliner Luft. Also, Commentary könnte Lie mehr Fuego werden. Ja, hier. Alex Lull. Ich finde es lustig, dass... Schön. Ein Fox... Dick Dick Energy. Dass ein Fox keinen FD mehr nehmen. Ja, der hat Angst. Angst. Oh, das war der Kahn. Das ist scheiße. Egal, du kommst trotzdem zurück. Dick Dick. Und du überlebst so gerade scheiße. Ey, Chat. Ich habe eine Frage für euch. Ist das Wasser oder ist das Luft? Ist das Wasser oder ist das Luft? Nein, weiß nicht. Scheiße. Was sagt ihr? Allee, le, bleh. Allee, le, bleh. Das machst du nicht. Die Luft brauchen wir noch. Komm, Riffka. Oh, shit. Oh, ist dick energy. Dick, das ist so geil. Der FD ist jetzt der FD. Echt? Was? Weißt du, Sanito? Also, Riffka hältst du so viel. Was? Oh mein Gott. Ey, Benno ist so krass. Duzan meint die ganze Zeit, Benno ist besser als hier. Du meinst, es ist Duzanito 2. Ich würde eher sagen, Duzanito 2.0 ist. Weil er halt besser ist. Ja, weiß ich nicht. Wie ist das, was Duzanito 2 rausgekommen? Ja. Schön. Duzanito 2. Dann die beste Schiefe. Du. Sa. Nito. Lalalalalala. Spanisch. Lalalalalala. Spanisch. Burrito. Ey, Burritos sind sick. Okay? Nur um das zu stellen, Burritos Lied singen. Nur Kevin kann mein Duzanito Lied singen. Ein Pammels. Ey, Moment. Das hab ich auf Wiesborn schon gesehen. Nein. Schön, schön, schön. Kann man das auf Wiesborn schon gesehen? Das nimmt man einfach. Das nimmt man hin. Wo ist der Lied hin? Weil der Sachsen kann nix. Wie scheiß Össis. Wie scheiß Össis. Ich muss auch sagen, wer will meine Schieboli-Mesterne? Ich bin echt Berliner. Ich bin echt Berliner. Oh mein Gott. Rübka ist jetzt in Polen. Er traut dich Arzt zu machen. Er ist halt krank dran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heisstisch ist kommende Territorium. Oh! Jaka! Oh! Oh! Oh pff. Hör хорош! Digger kann auch nicht mehr, mami. Oh das Mikrofrau. Ja. Rrrrmano. Du würdest mich ficken. Aber egal. Ich muss herkommen, weil ich ihn nicht verlassen werde. Boom. A-ki, Spennu, komm junges Scheiß! Wollen ficken wir's jetzt raus. Du fixest schon das ganze Set lang. Rivka auf jeden Fall ein Stock weg von Loser Simis. Und Alex muss auf jeden Fall noch Gas geben, wenn er weiter kommt. Und Alex auf jeden Fall in Shambles. Sachsen in Shambles. Oh, das ist weg! Rivka ist auf den Schilder. Und Schein! Nein, nein, Rivka war ready dafür. Big Dick Recovery. Oh mein Gott, Alex. Er regelt den Schein-Shield-Drop. Alex ist im nächsten Level. Okay, es ist vorbei, es ist vorbei. Und Alex lässt sich darauf ein. Und er spielt das spätestens. Und er macht mich mehr. Eins gegen Alex. Rivka im Top 4.